Okay, gut, fangen wir in die Mitte, mit rechts vorne an, für Darschirung. Wir haben E-Karte auf, eins, öffnen, zwei, paar, drei, drei, das Standbeinparaschval öffnen, vier. Tun wir übersteigen, fünf, und sechs, und sieben öffnen. Versucht nur, und wir senken quasi auf der linken Seite. Devolver, eins, öffnen, zwei, senken, drei, und vier. E-Karte, fünf, öffnen, sieben, und acht. Von hier, piegern nach vorne, balancen, zurückziehen. Die Ecke wechseln, piegern nach vorne, balancen, zurückziehen. Nach dem dritten Mal, balancen, zurückziehen, Schritt für Attitude hinten. Demi, plia, vier Rambasen, vier Padamore, in die fünfte schließen, und noch Porva nach vorne. Und dann haben wir alles auf der anderen Seite. So, bei deinem Rambasen, nicht vergessen, du versuchst nicht eine Pirouette zu machen. Du gehst, du bist in der Attitude, du gehst einfach ins Plia, und du versuchst dein hinteres Knie zu der Schulter zu kreizen. Hochziehen, vier Padamore. Beim Padamore ist wichtig, dass wir uns wieder aufrichten im Rumpf. So, der Anfang auf der anderen Seite. Ihr öffnet, eins, öffnen, zwei, gehen, drei, schon offen bei vier. Und, fünf, und sechs, nach dem zweiten, öffnen zur Seite, um zu kreizen. Und drehen, tun wir nur bis quasi. Ein Devlopé nach vorne öffnen, und ein Devlopé Eckarté de l'homme. Von hier, piegern, piegern, zurückziehen, die Ecke wechseln, piegern, 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 zurückziehen. Drittes Mal, beim vierten Schritt. Für das Attitude, nachher plié, für Blanc-Rosé, für Padamore. Und noch Porbon nach vorne, bevor wir abschließen. Eunice Josef Versöhn Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, dann gehen wir weiter mit Tendus, wir haben wieder rechts vorne, vorne umzuschließen, komm tief, hoch, tief, Tendu für Clash, Clash, komm zu, hinten umzuschließen, tief, hoch, tief, dieses Mal Tendu, Tombe, komm zurück, und zu, auch zur Seite, tief, hoch, tief, Tendu schließ, hinten, vier, Mal, vorne, und Tombe, umzuschließen, der zweite, Fuerte, Tombe, Padbure, Chassé, um in die fünfte zu schließen, für die andere Seite. So, für das Chassé ist wichtig, dass wir eben in der fünften das Plie starten, dann vertiefen durch die vierte, hochziehen, nochmal tief, und dann kommst du zurück. So, du gehst dreimal nach vorne, dann kommst du zurück, ja, nach vorne, nach vorne, nach vorne, jetzt kommst du zurück. Oder wenn du nach hinten gehst, nach hinten, nach hinten, nach hinten, kommst du zurück auf den Standbein. Als wir zur Seite gehen, du wechselst nicht, so, jetzt hast du den linken vorne, du kreist den rechten hinten, und erst nachdem wir hochkommen, dann passiert der Wechsel. Also beim Chassé selber dann nicht wechseln. Machen wir den Anfang auf der linken Seite. Zuerst ist ein Tondue, komm tief hoch, tief zurück, für Clash, auf Clash, komm zu, hinten, komm zu, tief hoch, tief, dieses Mal Tombe, komm zurück und zu. Zur Seite dann fällt das eine Tondue weg, gehst du gleich in Chassé. Tondue, tief hoch, tief, Tondue, schließ zurück, vorne, fünf, sechs, sieben, acht, Tondue, um zu schließen, das zweite, vierte, Tombe, par de bourré, Chassé. Und wir schließen dann ab. Tondue, der Und wir schließen dann ab. Für Orde Ebesen On Talien Lefse Für Clutch Für Talien Wir machen weiter mit einer Rondeschnung mit Fondue. So, wir fitten in der Fünfte und wir sind auf was? Wir öffnen Plähe eins, Demi-Run zwei, Tombe drei und vier. Wir run auf fünf, sechs. Das dritte ist für Padawarsk, um zu schließen. Von hier, Fondue, öffnen vorne, um zu schließen. Fondue, öffnen hinten, auch noch schließen. Dann Coupé anheben, für Padawarsk, zur Seite öffnen, für Soutenu. Und dann haben wir Glissart nach rechts, für dann die linke Seite. So, nochmal der Anfang. Plähe eins, öffnen zwei, fallen drei und vier. Run auf fünf, auf sechs. Padawarsk ist sieben und acht. Fondue nach vorne, senken, um zu schließen. Fondue nach hinten, senken, um zu schließen. Dann das gleiche beim Anheben für das Padawarsk. Wir öffnen zur Seite, für Soutenu und noch Glissart, um abzuschließen. So, nachdem du, das ist auch die zweite Seite, nachdem du den Fondue vorne gemacht hast und hinten gemacht hast, du hebst das hintere Bein, kommst umfass, um zu öffnen, den Fuß über vorne kreizen und Glissart ist beidesmal zu dem vorderen Fuß und beim Schließen, tun wir vorne schließen, also wechseln den Fuß. Glissart, 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 glissart. 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 Okay, denn wir machen eine Klammermaß, wir haben eine kleine Walzer, Pirouette, Klammerma, alles zusammen. Wir fangen nochmal rechts vorne an. Wir haben Pikets Hüsus auf eins, halb zwei, abrollen, drei und vier. Wir untersteigen, für Tombewehr vorne, Balancer zurückziehen und dann zwei Balancer zur Seite. Nachher ist dann das gleiche, aber schneller. Piket eins, abrollen, zwei, Padre, drei und vier. Schassen, für die vierte, Pirouette, André, schließt hinten zu. Ein Balken vorne, eins zur Seite, Tombewehr wieder die vierte, nochmal André und zu. Dieses Mal vorne und zu. Alle Sekunden und zu. Croise, Tombe, Pirouette, André dann. Vorne schließen. Wegen Platz machen wir eine kleine Pause und danach machen wir die linke Seite. Die Musik geht weiter und wir schlucken. Beim ersten Mal hast du mehr Zeit. Wir schließen. Wir schließen. Wir schließen. Wir schließen. Wir schließen. Vorne Senken, zu. Seiden, Senken, zu. Tombe-Di, rechts vierte, André und schließen. Wir schließen. Nochmal vorne und zu. Alle Sekunden, und zu. Tombe für den anderen dann. Vorne schließen. und dann eben eine kleine Pause, bevor wir dann die linke Seite machen. Okay, dann geht's ganz kurz durch die Strecchen. So, pique su su, efface, eins auf zwei, abrollen, drei auf vier, untersteigen, tombe nach vorne, balance, zurückziehen und dann Seite zweimal. Pique su su, um zu senken, padrö das erste Mal mit schasse, für die vierte, pivot an der Ohr. Erstes croce, écarte de bon, tombe padrö direkt vierte, pivot an der Ohr. Nummer kwaase, aber alles tekan, tombe kwaase, für die vierte, pivot an der Ohr. Nummer kwaase, auf vierte, pivot an der Ohr. Nummer kwaase, auf vierte, pivot an der Ohr. Nummer 1. Wir haben die erste, zwei, drei bis vier, zwei, fünf, kurz, pause. Fünf, zwei, drei, vier, erste, vier, mehr kurz, pause. Forte, hinten, parabore, fort, rück, parabore, fort, rück, parabore, tonnig, rück, vier, die erste. Und dann alles die linken Seite. Erste, zwei, drei, bis vier, zweite, fünfte Pause. Schon mal zwei, drei, bis vier, zweite, fünfte Pause. Erst fort, dann rück, parabore, fort, dann rück, parabore, vorne, hinten, parabore, tonnig. Und wir schließen dann ab. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, gut. Okay, jetzt haben wir ein. Escherpé mit einem Assemblée. Ihr fängt mit rechts vorne an. Escherpé, coupé, untersteigen, Assemblée. Escherpé, coupé vom Platz, tonnig, parabore. Und dann alles auf der anderen Seite. Escherpé, coupé, untersteigen, Assemblée. Escherpé, coupé, für tonnig, parabore. Das Erste mit Pause, das Zweite, vier, sauté. Escherpé, direkt in das parabore, noch für ein Assemblée. So, wir fahren mit rechts vorne an. Okay. So, machen wir noch eine She-Té. She-Té, tonne levé, balloté, balloté. Das Dritte auf dem Boden. Für Foy-Té, für parabore. She-Té, tonne levé, für parabore. Noch Escherpé, fermé, changement. Wenn du möchtest, kannst du eine Escherpé, Antoinette machen. Escherpé, fermé, changement. Ich mach das nicht. So, dann haben wir die andere Seite. Je t'ai tonne levé, balloté, balloté. Das Dritte unten, für Foy-Té, für parabore. Je t'ai tonne levé, für parabore. Escherpé, fermé. Und changement. Eben wenn du das schon, äh, Escherpé, Antoinette machen möchtest, du dreist dich zudem vor dem Bein. Eine Hauptbedrehung auf. Und dann erst schließt, hinten zu. Für das Schwangement. Okay, super. Dr. Oink. Tschüss. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bye, schon bis 1. Ja, hier are.